Willkommen in der Geräteverwaltung auf der Hilti-Website. Nach dem Login finden Sie diesen Bereich in Ihrer Profilnavigation unter Geräteverwaltung. Mit den Funktionalitäten erhalten Sie Transparenz über Ihren Gerätepark und können jederzeit einfach und schnell Ihre Geräte online verwalten. Unter dem Punkt Geräteübersicht werden all Ihre Geräte angezeigt. Sie können die Geräteliste schnell und unkompliziert downloaden. Die Ansicht Ihrer Geräte lässt sich darüber hinaus individuell anpassen. Mit Klick auf Spalten anpassen entscheiden Sie, welche Gerätedaten Ihnen angezeigt werden sollen. Nutzen Sie die Such- und Filterfunktion, um ein Gerät zu finden. Gefunden? Jetzt können Sie verschiedene Aktionen von Reparatur bis hin zur Verlust- oder Diebstahlmeldung für einzelne Geräte beauftragen. Details zu den jeweiligen Prozessabläufen finden Sie in separaten Erklärvideos im FAQ-Bereich oder direkt über die Infokarte im Video. Melden Sie sich jetzt an und überzeugen Sie sich selbst! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!